Wenn Sie im Internet surfen, dann haben Sie beim Eingeben einer Webseite im Browser sicher schon einmal Endungen wie .de, .com oder .at benutzt. Diese Endungen nennt man Top-Level-Domain. Davor befindet sich die Second-Level-Domain, welche den Namen der Webseite trägt, wie zum Beispiel Google oder YouTube. Die Third-Level-Domain oder auch Sub-Domain befindet sich hinter der Second-Level-Domain und kann zum Beispiel de wie bei de.wikipedia.org heißen. Alle Domainteile zusammen nennt man FQDN bzw. Full Qualified Domain Name, die zum Beispiel www.youtube.com heißen kann. Doch wozu gibt es diese Trennung nun überhaupt und was ist der Sinn hinter solch einer Domain? Wenn Sie eine Webseite im Internet aufrufen möchten, dann müssen Sie Inhalte wie Text, Bilder, Videos von einem Websever herunterladen. Da aber für die Kommunikation über das Internet IP-Adressen verwendet werden und nicht Namen, muss man anhand des Namens bzw. anhand des FQDN die IP-Adresse ermitteln. Hier kommt das sogenannte DNS, Domain Name System, zum Einsatz. Das ist ein Dienst, dessen Aufgabe die Auflösung von Namen und IP-Adressen ist. Wenn Ihr Computer die IP-Adresse der Webseite genauer genommen des Websevers nicht kennt, dann fragt dieser beim sogenannten Resolver-Server Ihres Internetdienstanbieters nach, ob er die IP-Adresse des Websevers weiß. Findet dieser keinen Eintrag, dann fragt dieser bei den Root-Servern nach der IP-Adresse des zuständigen Top-Level-Domain-Servers. Der Top-Level-Domain-Server beschränkt sich meist auf eine Top-Level-Domain, wie zum Beispiel .de und kennt den Nameserver, welcher die IP-Adresse der gesuchten Webseite-Web-Server im Besitz hat. Der Root-Server überreicht dem Resolver nun die IP-Adresse des Top-Level-Domain-Servers. Der Resolver kann nun den zuständigen Top-Level-Domain-Server erreichen. Dieser fragt nach, welche IP-Adresse der Nameserver, also der Server, der den Namen und die IP-Adresse der gewünschten Webseite kennt, besitzt. Nach dem Erhalt der IP-Adresse des Nameservers, fragt der Resolver nun nach der IP-Adresse der Webseite. Der Nameserver schickt dem Resolver die IP-Adresse und der Resolver leitet diese dem Computer weiter. Der Computer kann nun direkt Kontakt mit dem Websever aufbauen und Daten austauschen. Es mag auf den ersten Blick kompliziert sein, doch alles hat seine Logik. Möchten Sie eine Website ins Internet stellen und eine Top-Level-Domain wie .de, .com oder .at verwenden, so müssen Sie die Fully Qualified Domain Name bei einem Domain Name-Registrar registrieren lassen und kostenpflichtig mieten. Der Domain Name-Registrar kümmert sich darum, dass auf einem oder mehreren Namesavern der Domain-Name und die dazugehörige IP-Adresse vermerkt werden, um Ihren Besuchern das Auflösen der IP-Adresse zu ermöglichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017